Ich bin gleich ein Eisenbarker und fahr mal mit. Das werden wir mal nicht brauchen. Ah ja. Dann pack ich auch mal die beiden Appel wieder zurück. Die brauche ich erstmal nicht. So. Guck mal, ob das dann funktioniert. Ja. Ich hab mal gespannt. Okay. Klar. Weil das wäre schön. Ja, das wäre märisch. Das gebe ich doch. Ich kann das auch gleich ordentlich machen. Ach so, die Kühe dabei haben. Kühe müssen glücklich sein. Ich ziehe das nicht. So. Macht euch mal ordentlich. Von meinem Glück. Heißt es dann wieder, das wird nicht funktionieren. Begeistert. Ich hoffe das funktioniert so. Ich hoffe das funktioniert so. 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 Das Wetter nervt, aber hier schüttelt ja wieder aus einem anderen draußen. Ein Manüliumblock haben wir jetzt hier. Nehmen wir jetzt mal mit. Ja, erst mal rund hier. Ein Manüliumblock. Den packen wir mal da rein. Da setzen wir auch noch mal einen rein. Der Kobold und Adit, falls wir sowas mal brauchen sollten. So. Ach, ich hätte den Schlüssel vielleicht mitnehmen sollen. Oh Mann. Den Schlüssel wieder vergessen zum Abschließen. So. Den abschließbaren Schlüssel. Den haben wir hier. So. Dann sagt einer, Minecraft soll einfach sein. Boah. Also den Neta müssen wir noch ein bisschen besser auskundschaften, äh, beschriften. Besser gesagt. Oh ja. Das stimmt allerdings. Da muss ich dir recht geben. So. Dann schieße ich jetzt mal ab. Der ist jetzt ganz hinten, der an letzter Stelle. Also jetzt noch mal eins und einen Block nochmal hinzeln. Wie geht das denn? Für Glück. Guck ich mal. Boah. O Mann. Ja. Ich will ich hoffen, dass er ankommt. Wenn er abgekühlt ist soweit. Ja. Dei gute Schmersch. Ja. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Jetzt gehe ich hier mal hin. Ich kriege gleich zwei. Hier ist noch einer. Warum ist da noch einer? Zwei. Es funktioniert. Was? Das ist hier ein Fakkel getreten. Ja, es funktioniert. Es ist voll cooles was. Gleiche hier. Bildschöne. Das sind deine Eltern hier. Kann man neun Mal Nuliumblöcke machen? Cool. Jetzt müsste ich noch mal einen so einen Block machen. Wie sieht es hier aus? Adit ist da noch. Schmelze ist immer ein bisschen Adit. So, elf Stück. Schmelze jetzt auch noch mal. Das sind jetzt elf. Fünf und sechs. Nehmen wir mal ein paar mehr. Das Aditwerk soll ein paar mehr mitnehmen. So, ich schmelze es jetzt auch noch mal. So. Die Schlüssel. Habe ich noch. Gut, jetzt wollen wir noch mal eine so eine Schublade noch mal. Was will ich jetzt machen? Unbedingt. Unbedingt. Ach ja. Nee, Straßenbau kommen wir heute nicht mehr dazu. Glaube ich nicht. Bin der jetzt auch noch geübt und noch total mit beschäftigt. Die Schublade haben auch noch zwei Stück, ne? Spruce. Zwei Stück. Genau. So. So. Und der nach unten. Ich liebe diese Schublade-Hanregal-Systeme. Schmerz, wenn du das bei dir auch aufbaust. Ist ein bisschen Arbeit, aber du unterstützt nicht gerne. So. Brauchen wir noch mal ein so ein Fach? Nee, frei reicht dir. Ach, da muss ich wieder zubauen da hinten. Kack je. Jetzt wollen wir mal hier wieder abschließen. Weil die ganzen Kobold-Sachen können wir nur hier unten gebrauchen, bin ich da meine. Sicher bin ich mit zwei nicht, aber wir machen das einfach mal so. So. Was ist da wieder zugebracht? Ähm. Was macht das? Schmolzes auf, sagen wir mal, vier Blöcke? Ach, da kommen wir mal zwei raus, stimmt ja. Oh, ho, 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 ho. Wir haben es heute vergessen. So, kommen wir hier. Oh, mach wieder so im Glauben. Scheiße, das war doch verkehrt. Einfach doch wieder so im Glauben. Okay, ja, das, das soll, das, das soll. Der muss immer volllaufen. Oh Mann ey. Ich bin ein bisschen, äh, verwirrt. Das ist auch voll hier. Das ist doch jetzt immer voll. Ah. Okay. So, und jetzt bin ich umgestellt auf, auf Adit. Das ist jetzt Adit geschmolzen, das ist schön. Zack. So. So. Ach, was sind gerade die Kühe glücklich. Sie geben Milch, die Verrückte. Ja, das ist doch schön. Was ist jetzt raus, ja? Ja, die müssen sehr glücklich sein. Die müssen ja auch Wasser und zu essen und zu trinken gehen, ne? Ja. Essen und trinken ist gut. So, ähm, sie sind alle abgeschlossen. Ich setze da durch. Aber der ist durch. Jetzt müsste ich hier. Zwei Menüle mit. Boah, super. Boah, super. Das ist doch super. Ich finde das toll. Jalida, dida, dam, bom, 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 bom. So, hier ist jetzt der. Halt die Glocke angekommen. Ach so. So. Ach, macht das Spaß. Aldit. Wenn ich noch mal einen Aldit Block habe. Los. Wie Blöcke sind alle drin, Aldit? es wird ja bald fertig sein gott sei dank und ich doch mal vergessen wir die folgen hier aufzuschreiben was was ist so sagen wir ein block ist weiter zweite kommen jawohl er ist da super das funktioniert kann ich mal ein block herausnehmen linie darauf packen mache daraus 9 an den barren ich bin der große schmelzer so es ist noch ein adit ist noch drin und sechs barren wie ich das am besten in dem block da ist aber auch in einem block ein nehme ich noch raus dann stelle ich die ganze kiste um machen jetzt noch nicht nachher wenn er fertig ist das schmiede beschäftigt hasi ja was du gerade ein bisschen geld das ist doch schön jetzt gemacht ich hab da auch nicht nur umgestellt oder nicht das adit scheiße ich habe es verkehrt das gemacht Okay, hm, ja. Noch ein bisschen Eisenblöcke hier rausnehmen. All das noch mal ein bisschen schmelzen. 1, 2, 3, 4. Dann kriegen wir jetzt 8 Stück raus. Ach, ein Stück kriege ich davon raus. Ich muss elsen aber 22. Hat sich voll nicht umgestellt, blöd Mann? Oh, Mann. Kann man hier Sand in der Schmelze auch machen? Oh. Müsste ja theoretisch da auch gehen. So, was ist das? Jetzt ist es geschmolzen. Gleich. Wo ist eigentlich noch mal das Lagerhaus? Welches Lagerhaus? In Seehuser? Wo ist das noch? In Seehuser. Lustig. Was das in Seehuser ist, weiß ich auch. Aber wo? In Seehuser? Ja. Der ist jetzt voll. Und noch 2 Barren. Das reicht nicht. Gut. Mal ein Adit-Erz dazu packen. Jetzt reicht aber noch ein Adit-Blöppeln. 4 von... 4 von... Naja, ist egal. Ist es jetzt geschmolzen hier oder immer noch nicht? Hier brauchst du lange dafür. Irgendwann. Jetzt soll bitte Eisen raus. Man hat ein bisschen mehr erkennt hier vielleicht. Ich habe eine Elf-Smaragd-Blöcke. Also noch 99 habe ich von denen. Okay. Ich kann in der Zwischenzeit mal eine Pickaxe erst mal reparieren. Vielleicht, wa? Super. Ich habe sie repariert. Dann brauchen wir mal zwei... Zwei Dinger von. Okay. So. Wie schaut es aus? Bist du jetzt geschmolzen? Zwei Bachen. Zwei Bachen. Das reicht immer noch nicht. Fühlst du mich verarschen? Ey. Das reicht immer noch nicht. Rein damit. Das reicht immer noch nicht. Meine Fresse. Adit-Blöcke haben wir vier Stück. Von Adit brauchen wir nicht ganz so viel. Ich möchte ein bisschen Kobold machen. Und dann, dass ich so zwei, drei Blöcke habe. Und dann Manilium wieder. Manililililium. 48 von 918. Oh, aber da kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Aktie ist repariert. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch die... Ach, scheiße. Das habe ich doch dabei, Blödmann. Da brauche ich gleich mal meine... Diesejenige Axt. Ist die auch wieder heile? Da haben wir jetzt auch heile. Wenn das Ding jetzt hier schmilzen tut... Warte. Schmerz! Ja, klar. Also die Schmelze ist besser. Wenn ihr da... Das Erzschmelz bekommst du statt ein Barren, kriegst du immer zwei Barren raus. Okay. So. Das heißt, wenn ich jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von denen nehme, kriege ich 18, kriege ich zwei Blöcke raus. Also... 9 Kobolderzschmerzen. Ah, jetzt haben wir jetzt... 4 Blöcke, ey. Na gut, ist ja egal. Ne, 5 sogar. Das heißt, man wird dann öfters dann mal... immer wieder in den Nether gehen müssen und dann... die Erze... hauen. Ähm... So. Kobold schmilzt. Okay. Ähm... Was wollte ich jetzt gerade machen? Jetzt seht er, er ist mir. Was wollte ich machen? Hier oben fehlt eine Lampe. Frechheit. Das ist ja fatal, dass da oben eine Lampe fehlt. Geht gar nicht. Dieses Lagersystem, ich liebe es, weißt du das? Glowstone-Lampen. Ey, wir haben 12 Stacks Glowstone. Ist das nicht toll? Ja, dann können wir aber Lampen machen, dann geht dir weh. Häu. 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 So, das ist einfach mal uns, geht da mal Licht auf. Zack. Jetzt ist es auch viel heller hier. Wie viel besser. So, jetzt hast du geschmolzen, das Kobold. Wir haben zwei Blöcke davon. Häu. Häu. Also los geht's. Kobold. Ich glaube, alle Erze schon mal so separat haben, weißt du? Häu. Häu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Häu. 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 Jetzt machen wir gleich ein bisschen Manüldüngel gleich wieder. Dann die nochmal zusammenschmelzen. Zack. Häu. Und nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Häu. 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 So, jetzt müsste hier vorne beim Einsortierer der Additblock sein. Häu. Häu. Und das System funktioniert. Ist das nicht klasse? Häu. Häu. Mann, ey, boah. Das ist doch super Titten, Affen, Titten, geil. Oder wie heißt das? Affen, Titten, Turbo, geil heißt das. Ah, gut, heißt das so, ist ja gut. So. Brauchst du nur mich fragen, ich weiß sowas. Ja, so einen Blödsinn kennst du immer, ne? Natürlich. Obsidian haben wir hier. Miau. Schmolzes Manylium, einem Block. Miau. Schmolzes Manylium, einem Block. Schmolzes Manylium. Und wenn man sind in diead tungeist innate, das hier ist einбü once in Praxon zu ergeben. Schmolzes Manylium bins bravinunter. Meinii. Au, stehe. Au,****. Leider ist der Nylaup. Wo gehst du nicht weiter? Hallo? So, muss unten sein. Ich blick mal. Ja, so. Wir müssen hier dann gleich zwei Blöcke ankommen. Beziehungsweise einer dann wieder drinne sein. Das muss dann einer wieder drinne sein. Ja, komm. Wo bist du? Jawohl, er ist da. Er wurde einsortiert. Super. Ich finde das gut. So. Was haben wir jetzt hier? Da war zwei Blöcke am Aniljungen. Ich glaube, ich mach da nochmal was. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Das schmilzt jetzt da erstmal wieder rein. Während das schmilzt, bringe ich die Schüssel wieder nach oben. Weil es ist sicherer. Na, wo gehen wir mal ein Schuhgelchen hin? Ich hab ja einen Stuhl gehört. Achso. Was machst du gerade? Aber du bist so ruhig. Schließt. Vielleicht kochen. Kochen ist immer gut. Ich brauche das jetzt immer gut. Klar. Die Schleichenverkleidung, die brauche ich ja mal nicht. Die kommen wir hier wieder rein. So, was wir schon als gebaut haben mittlerweile, das ist irre. Ich weiß, was ich mache jetzt. Ich nehme meine Fichtenholz-Tür nochmal mit. Ich finde das schöner. So. Wir brauchen dann auch nochmal eine Tür vor. Oh, was ein Krawall ist das da unten? Gibt's ja gar nicht. So. Wir brauchen auch nochmal eine Tür vor. Sieht schöner aus. Bisschen abgegrenzt, wisst ihr? So, das schmeckt noch waschen. Bisschen adipten, zu Fuß nochmal. Jetzt ist Kobalt, was ich hier mache. Weil was können. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Lava holen. Der Ofen, der zieht gerade ein bisschen viel Energie. Tief unten gab es irgendwo Lava. Da muss ich jetzt erstmal hingehen. Ich muss Lava holen. Der Ofen läuft, weißt du? Irgendwo grunzt es hier alles schon. Ja, höre ich doch. Hier steht die Tür wieder offen. Hier unten müssen wir auch mal ein bisschen mal aufräumen. Die Gänge und sowas. Hier mal ordentlich ausschaut. So. Zur Lava geht's hier lang. Nicht der Meinung. Ist der auch lang? Nee, da geht's nicht lang. Genau, hier geht's runter. Zur Mine. Jetzt hier runter. Au. Schon so weit gelaufen. Hier war. Ich bin so. Ein Laber einmal nicht in der Hand, das sieht so gut. Ausgang, geht es hier hoch. Geht es da lang? Ausgang, sagt ja. Alles gut, so. Hätten wir jetzt einen Technik mal drauf, könnten wir Flüssigkeiten auch in der Pipeline transportieren. Mischenbewegung tut der Minecraft-Figur ja auch noch gut. Machen wir die Tür zu hier. Hier oben ist keine Tür, okay. Die ist nur da, okay. Jetzt haben wir auch Kobold drin, das ist schön. So, jetzt füllen wir mal die ganze Kiste. Oh, hier oben wieder läuft ja. So. So, die Kiste ist aber wieder gefüllt. Super. Das hat auch funktioniert. So, ein Kobold-Spitzhackenkopf, Papier-Werkzeuggriff. Schalter. Hier ist noch Zweidens Traum, mein Alltag ist ja auch noch drin, ne? Wenn du die Handelst, die liegt da auch noch drin. So, das Ding funktioniert hier. Boah, okay. Das haben wir hier unter dem Haus alles schon ausgehoben. Klasse, das gefällt mir. So, was haben wir an Börder und Erzten noch? An Kobold-Erzten haben wir noch 16 und an Adit-Erzten nur noch 7. Also Adit scheint seltener zu sein als das Kobold. Aber erstmal haben wir was. Ich muss halt immer, wenn wir in den Nether gehen, irgendwelche neue Gegenden erkunden und so viel Erzten mitnehmen, wie es nur geht. Das ist ein versenkter Tank. Gar kein Fenster. Ist egal, sieht aber auch gut aus. Also das gefällt mir alles ja ganz, ganz super, super. Affentitten geil. So. Was machen wir jetzt? Wir sind schon so gut wie am Ende vom Steam angekommen. Wie schaut's bei dir aus? Ja, so weit ganz gut. Wollen wir Schiss sagen, oder? Ja, machen wir. Wollen wir machen. Gut. Wie klingt das denn? Wollen wir ja machen. Das macht es nicht aus. Das Problem war trotzdem, machen wir jetzt Schiss. So. Wollen wir die Träne zugemacht, wie es gehört. So. Wollen wir nächstes Mal weiter? Ich mach das. Ich hab schon alles vorbereitet für Wege bauen. Ja, nächstes Mal bauen wir ein paar Wege mal. Mal was ruhiges machen. Ob ich mit den Leuten quatschen kann. Freitag zum Beispiel. Ja. So. Plupp. Ach ja. So. Ach, hab ich an Durst. Lass mal rum. So, Freunde. Dann war's das für heute mal wieder. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, ne? Ja. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und bye-bye. Ne? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.